Can't do, kann jeder. Aber nach vorne bringt es niemanden. Es ist Zeit, dir klarzumachen, was du kannst. Und can do zu sagen. Can do ist der erste Schritt, der dich ins Ziel bringt. Can do ist das doch, im Wort nacken. Und wenn's mal nicht klappt, na und? Weiter geht's. Öndere die Spiegel. Nicht nur Chancen sehen, sondern ergreifend. Can do ist dein Weg. Du bestimmst das Tempo. Du kannst die Welt nicht verändern. Wer sagt denn das? Probier's halt aus. Und wenn's nur deine eigene ist. Can do ist stärker als alles, was dich zurückhält. Can do zeigt dir, was möglich ist. Also, was wirst du tun? Otto. Can do.